Let me sing it to it with where I'm from Willkommen bei Flüchtlingshoek 1 Ja, in der letzten Folge gab es ja auch so ein SPF-Drops Ich hoffe, dass das jetzt war besser Also ich hatte mal so einen Winterrund noch nie Ich habe ein Ränder Jetzt habe ich das mal zu ändern Rändern lassen Ich habe jetzt mal alles aufgemacht Hey! Hast du schon gehört? In extremo ist hier Sie sind drüben auf der Bühne Schnell! Sonst versäumst du noch den Auftritt, auftritt Ähm Wenn du meinst Hochverehrte Erzbarone Geehrte Gardisten Schatten und Buddler Ich präsentiere Ihnen In extremo! Oh 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 Hey. Oh Oh Ja, das ist ein Kuss, das ist ein Kuss. Was ist denn? Das war die Musik. Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Sehr gut. Ähm... Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Mach's gut. Ich höre dir keine Gehmermusik, oder? Ich hoffe, dass sie nicht... Das wäre nicht so toll. Jetzt gehen wir mal... Ähm... Können... Ja... Wir könnten einen in der Arena probieren, wenn das noch geht. Komm, naja... Ähm... Arm auf... Hast du dein Blut immer noch nicht hier weggewischt? Also, was ist denn mit ihm? Äh... Er hat mich immer noch angepisst. So, kann ich bei dir noch was... Braucht mich gleich. Zeig mir deine Ware. Ähm... Ja, ich bin hier nicht... Das ist wirklich nicht... Ja... 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 Ich glaube, der Stammlerkasten behalte ich gleich. Das ist vielleicht auch der Weisbörer-Request oder so. Ich glaube, ich bin hier nicht der Auge. Ich weiß nicht, wie ist die? Ähm... M, Monarab-Fett... Sinnweise versuchten sie nicht. Wenn ich mich interessiert habe, das ist ja sowieso wie die. Ja... Ja... Es gibt mir sie wieder. schenken will ich hier natürlich nicht zeig mir deine ware ich habe hier nur den besten stoff ich glaube kaum dass ich daran was zeig mir deine ware ich habe hier nur den besten wahrscheinlich hast du recht ich halte mich da lieber aus gequatscht wird fließt besonders schlau ohne ich glaube kaum dass ich daran was weiß besonders schlau als gut ich war doch klar dass das ergeben so viel quatsch schlau das ist wirklich nicht mein Problem an der geschichte muss doch wohl was dran sein nicht so viel quatschen ja ja das passiert mir nicht noch mal haben wir noch auch nicht so viel quatschen ja ja ich will nicht ein bandier absolut idiotisch ich habe mal und ein bandier ich dachte das wäre schon lange geklärt ja meine kippe wenn die kiste lass uns lieber noch was anderes reden wir haben noch mal gelernt in seiner haut will ich drauf ich glaube kaum dass ich da was verlass dich auf jemanden du bist das war ganz locker jetzt man ja ich glaube ich bin 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 Ach man Sehr gut Ich schlafen auch mal Ich muss gleich mal regenerieren Zum nächsten Mal geschlafen Mach das ruhig rein Nichts Nichts was ich angehen würde mein Freund Wir haben eine Menge Scheiß War doch klar So, das ist gleich erstmal Die hier haben wir Ich muss mal gucken Wie viel haben wir überhaupt Oh Gott wir haben doch Ok das muss ich aufgemacht Aber mit 77 gebratenes Fleisch Das ist ähm Ich glaube sehr viel Der letzte Was ist der Sch... Warum wäre sowas anders gelaufen Hä? War doch klar dass das Ärger gibt Sehr gut Ja wir sind Bandit wir müssen klauen Das ist so Warum passiert sowas Was können wir denn jetzt noch machen Wir wollten vom Schmied gehen Ach da ich warte Hier müssen wir Wir wären es ganz anders gelaufen Speichern wir mal wieder Ja Ah sehr schön Ich hab ja schon mal Lass uns lieber los Hm Ich finde nicht mehr raus Du hast da drinnen nichts verloren Hm? Hier nicht mehr rausfordern Den kleinen Streit vergessen Ja aber hm Wir kämpfen Ey Skitty Ich will wetten Aber im Moment Findet kein Kampf statt Der nächste Kampf Ist in ein paar Tagen Er wird vorher angekündigt Hm Ok Trainierst du auch Kämpfer? Schon Aber nicht zum Spaß Wenn ich dich trainieren soll Musst du dafür zahlen Hm 1,5, 100, 2, Ich warte mal 20 Lehrpunkte Wie viele Lehrpunkte haben wir ja? 34 Hm Kann man das lernen? Kann man nochmal Schlösser knacken und dann nochmal lernen Ich weiß nicht ob das so gut ist Wenn man das Ich weiß nicht ob das so gut ist wenn man das Ich wollte ja noch ein Chemie Dego War der denn nochmals? Nicht hier irgendwo? War der Typ da? Was ist denn hier irgendwo? Was ist der Typ da? Sehr klar Kann ich mit dem noch irgendwas machen? Ich halte mich da lieber an Ich halte mich da lieber raus Ich halte mich da lieber raus Ich halte mich da lieber raus Hier irgendwo? Ja Ich halte mich da lieber raus Ohne, ohne dass die das stört. Deswegen. Okay. Der letzte Scheiß. Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Na, Schmied, wie läuft das Geschäft? Das geht dich das an. Vielleicht habe ich einen Auftrag für dich. Komm, wie? Ich möchte dich zu sein, aber wen interessiert der? Ach, dann kann ich die Geld für dann. Ähm, hm. Dann müssen wir, ich sage, gehen wir weiter, ne? Haben wir hier eh nichts zu tun. Mit Karin kann man uns ja nicht mehr messen. Der will ja nicht mehr mit den Kärnten. Ähm, ja. Hast du noch irgendwas? Komm mir auch zu hören. Ne. Dann gehen wir weiter. Ich hab' den Platz in die Lager. Oh Gott, schon da. Und das ist ja, dass wir jetzt wieder verstorben sind. Man kann jetzt nicht mehr sagen, wir sind leider nicht mehr so. Und jetzt gehen wir weiter. Ich hab' den Platz in die Lager. Oh Gott, schon da. Richtung zur alten Mine und dann gucken wir mal was wir da machen können da ist noch ein Wall da sind wir da Tücher die brauchen wir gar nicht mehr Wolltet ihr grad eine EP klauen? Jungs passt auf dass ich euch nicht umklatsche weil ihr gibt mir auch EP ihr seid keine Gegner für mich hier kummigen Wachen oder bin ich richtig? dann bin ich mir durch den Wald hoffentlich sind hier ganz viele Wölfe ja da ist einer komm her Wolf ich will dich umklatschen komm her komm her komm her ion sowieso fast wieder Level ab. Wenn wir jetzt in die Miele gehen und die Main-Qualer da machen. Die Main-Qualer sind nämlich recht stark. Ich guck mal, ob ich eine bessere Waffe kriege. Und dann lerne ich Einhand Stufe 2. Nur ein bisschen stärker. Ja, ich denk mal, ich werde jetzt hier so ein bisschen an... Ich weiß nicht. Und Magier werden möchtet? Wenn ich Magier werde, dann muss ich die Lennpunkte ja so ein bisschen aufsparen für Mana. Und so ein Kack um diese Kreise der Magie. Ja, die Folge ist ein bisschen langweilig. Aber wenn ich wirklich was erreiche. Dann machen wir das jetzt alles in dieser Folge. Und dann starten wir in der nächsten Folge richtig los. Dann werde ich noch für irgendeinen Cut machen. Dann mache ich das gleich noch schnell. Auf-screen. Ja. Ja. Ich hatte keine Waffen, ne? Ich möchte die... Ich möchte da unten mal den Lecker und der Hitsch da auch fahren, ne? Cool. Ja. 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 Ja, das ist wahrscheinlich. Ja. Ich komme hier aus. Ja. 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 Ich komme hier hoch. Ja. Ich komme hier hoch. Ja. Wo sind wir denn jetzt? Ich speichere mal. Eilol, wo sind wir denn hier gelandet? Ich hab doch so im Augenwinkel was schwarzes hier gesehen. Was sieht aus da? An der Geschichte muss doch wohl was dann sein. Was? Kann ich nicht hören? Nee. Okay. Nein. Okay. Kann man gar nichts machen. Schade. Ja, du. Mach mal kaum so ein bisschen was. Zeig mir deine Waffe. Nein. Ach, wie geschwert. Ähm. Putla. Kampschwert. Warte mal. Das ist besser schwer. Also das ist meine Warte mal. Ist die hier besser? Ja, 37 Schadenmarken. Oh, dann habe ich das mit der Stärkerwitz gemacht. Ich habe gedacht, die macht eine 36. Ich bin jetzt noch weniger. Aber 37 ist natürlich schon ordentlich. Ja, dann würde ich sagen. Ich bin jetzt hier mal so ein bisschen was machen. Hier ähm. Ich mache das mit dem einen Handkring. Ich will hier nicht auf Marquis gehen. Vielleicht lernen wir den ersten Kreis, dass wir so ein bisschen können. Mal schauen, wie wir uns im Lern kommt. Ich hab hier noch nicht so viel in Stärke investiert. Das ist jetzt nur das, was wirklich nötig war. Hören wir mal so. Ja, abspacken. Ja, nee, ich will nicht reden. Ja, ja. Bring mir bei, noch besser mit Einhandwaffen umzugehen. Na gut, die Grundkenntnisse hast du ja schon. Wenn du die Waffe gesenkt hältst, dann kannst du direkt mehr Wucht in deinen ersten Schlag legen. Nutze den Schwung, weißt du noch? Gut, der nächste Schritt ist, du musst deinen Körper mehr einsetzen. Wenn du zweimal geschlagen hast, dreh dich um die eigene Achse, damit überraschst du den Gegner und bist in einer optimalen Position. Dann ziehst du deine Klinge noch einmal quer von rechts nach links und wieder von vorne. Vergiss nicht, Übung macht den Meister. Also geh jetzt und werde ein wahrer Meister des einhändigen Kampfes. Schon, aber nicht zum Spaß. Okay, da kann man nicht noch mal bringen. Lassen wir mal vorbei. Was mir jetzt ein bisschen eingefallen ist gerade. Ähm, ich hab glaube ich im letzten Fall gesagt, wir müssen Lefty noch machen wegen der Quest hier. Ähm, was ich mach da. Äh, Wasserträger Lefty. Lefty hier ist, ging klar darüber, dass ich das Wasser noch nicht verteilt habe. Das kann ja noch heiter werden mit diesem Burschen. Ähm. Bedeutet, dass ich mich durchsüge. Ähm, ich weiß vorbei, äh, oder. Genau, muss ich machen. Ja, dann gehen wir jetzt noch zur Mine in dieser Folge. Ähm, für den Punkt haben wir denn jetzt noch. Ähm, wir haben noch 14. Ähm, ja, dann haben wir den nächsten Level, haben wir dann da. Äh, 24. Ähm. Äh, ich will gerade überlegen, was wir, um was wir jetzt gehen. Wir könnten zum Beispiel noch Taschendiebstahl lernen, aber, hm. Weiß nicht. Wir könnten Thoros tausend Gold bezahlen, wenn wir in die Burg kommen. Will ich auf gar keinen Fall machen. Äh. So, hier müssen wir lang, ne? Aber, das ist nicht, dass wir jetzt schon, okay. Hier müssen wir durch den Wald. Und können jetzt, ja. weitergehen. Ich weiß noch nicht, ob die jetzt so witzig finden, wenn ich, ähm, diese aufkreuze, da ich ja dafür gesorgt habe, dass die überfallen werden mit möglichst vielen Ressourcen. Molart. Was mehr? Kriegst du heute? Oh, ja, jetzt habe ich was vergessen. Amprofleisch. Ja, egal. Gut. Wir haben ja viel Fleisch, wenn wir auch Heidrink, wir haben vieles, ähm, zum Halm. Der Molart. Ich will nicht schlachten. Nee, zur Schlachtbank führen. Du sind sie. Da ist er. Wir können ja jetzt noch Kombos machen, ne? Ach, okay. Ach, du scheiße, da hinten ein Snapper. Ähm, ich speichere mal. Ich habe mich ja ganz vergessen. Schaffe ich die? Nein, nein. Oder sind das wieder so Rodeltiere? Oh, mach dir Schaden. Alter. Oh. Oh. Ähm, hm. Okay. Ich würde sagen, wir probieren das noch mal. Ähm. Nein, 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 einzeln, einzeln, einzeln. Das war's für heute. komm wir lassen es wir sind noch zu schwach na jetzt sind wir hier nur etwas zu schwach nicht viel zu schwach weil wir hauen den schon ordentlich schaden wenn nicht irgendetwas böses hier sind wir hier die schatten das aber hier glaube ich nicht ne im Falle machen wir die Vögel da etwas länger oh da hinten sind noch Fliegen ja sonst die brauchen wir ja ja einer nach dem anderen ständig an anstellen einer Reihe kommt nur noch da hinten sind noch Lerker da hinten sind noch Lerker die gehen wir Philippe äh einzeln schau ich die an an ja die eine Nein, ich bin nach oben. Nein, ich bin nach oben. Oh, ich bin nach oben. Oka Hier...Oh Warane...Ok Im anderem...Oh Gott Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott, Oh Gott Goblin Oh nein, Stufenaufstieg Komm da auch noch Komm! Komm! Komm ran, Junge! Ähm, hm. Ja, ich mach mal in der Schneiden Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss!